Die Märchentante, Deine Einschlafsendung mit meditativer Abendentspannung und einer Geschichte aus meinem Märchenbuch. Hallo und einen schönen guten Abend wünsche ich Dir. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast, um Dich von mir in den Schlaf begleiten zu lassen. Ich habe heute etwas ganz Besonderes vorbereitet und zwar bekommst Du heute wie immer erstmal eine Abendmeditation, die geht dann über in eine Fantasiereise, es geht zu einem schönen Strand und dann geht es weiter in die Geschichte des heutigen Abends. Die Geschichte heißt Der Leuchtturmwächter und ich habe sie lustigerweise aus einem therapeutischen Lehrbuch, ich habe sie ein wenig abgewandelt und hier steht sie für das Thema Abgrenzung und Nein sagen können und ich finde, dass sie ganz gut passt auch hier zur Märchentante und wenn Dir diese Art der Fantasiereise sehr gut gefällt, dann guck doch mal in meinen anderen Videos unter der Rubrik Luft und Liebe nach. Da gibt es ganz viele Fantasiereisen und Hypnosereisen zur Entspannung und auch zum Einschlafen. Vielleicht ist da ja auch etwas für Dich dabei. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mit der Abendmeditation und ja, ich wünsche Dir jetzt schon mal eine gute Nacht und einen tiefen und erholsamen Schlaf. Rückel und rekel Dich in Deinem Bett nochmal so richtig angenehm zurecht. Du möchtest dann recke und strecke Dich nochmal. Gönne Dir dabei ein paar ganz tiefe und entspannte Atemzüge. Wenn Du möchtest dann gähne und gib Dir die Bewegungen, die sich gerade gut anfühlen. Dann schließe Deine Augen und werde ganz ruhig. Spüre Deinen Atem. Das gleichmäßige, natürliche Ein- und Ausatmen. Die sanften Bewegungen Deines Oberkörpers, die durch jeden Atemzug entstehen. Das bist Du, hier und jetzt, am heutigen Abend. Und stell Dir vor, wie Du mehr und mehr bei Dir selbst ankommst. Als wärst Du ein Haus, in das Du einkehrst. Rückzug Geborgenheit Lade alle Gedanken und alle Aspekte, die noch außerhalb unterwegs sind, ein. Zu Dir nach Hause zu kommen. Entspanne Deine Gesichtszüge, Deine Stirn. Die Augenpartie, die Augenpartie, die Wangen, den Kiefer. Lass los. Lass los. Dein Kopf darf ganz schwer werden. Deine Schultern ganz entspannt. Und das darf sich gut anfühlen. Und während Dein Körper immer schwerer und schwerer in die Unterlage sinkt. Darfst Du Dir nochmal die Bilder des Tages für Dich ansehen? Was hast Du heute erlebt? Was waren die Themen Deines heutigen Tages? Guck einfach mal, welche Bilder des Tages sich vor Deinem inneren Auge zeigen. Guck einfach mal, welche Bilder des Tages auf der Feldschirken. Sag'n Tag. Absolut. Daher. Bis zum nächsten Mal. Guck einfach mal, welche Bilder des Tages. Guck einfach mal, welche Bilder des Tages. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir bleiben beim heutigen Tag und finde mindestens drei Dinge, für die Du besonders dankbar bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Und wenn Du möchtest, dann begib Dich doch auf eine Reise, an einen Strand, im Spätsommer. Stell Dir vor, wie Du dort ganz gemütlich sitzt und aufs Meer blickst. Der Strand, der Sand, das Wasser, der Himmel. Und Du sitzt dort schon eine ganze Weile und hörst einfach nur den Bällen des Meeres zu. Hörst das leichte, sanfte Rauschen und riechst das Salzwasser. Ein zarter Wind in Deinem Gesicht, auf Deiner Haut, ganz weich und angenehm. Und Du blickst zum Horizont, dort, wo der Himmel und die Erde aneinander stoßen, blau in blau. Und dieser Anblick beruhigt. Und dann lässt Du Deinen Blick schweifen und erkennst einen Leuchtturm, der etwas abseits, auf einem Felsen steht. Der Fels in der Brandung. Der Leuchtturm ist weiß und rot, er ist hoch und schlank. Und oben in der Kuppel sind große Fenster. Durch diese Fenster kann man aufs Meer blicken. Weit und klar. Vielleicht erkennst Du sogar eine Gestalt dort oben, hinter einem der Fenster. Einen Mann, der gelassen und ruhig über den Ozean blickt. Es wird langsam Abend und die Sonne taucht alles in ein wunderschön goldenes Licht. Und die letzten Sonnenstrahlen, wärmend und schmeichelnd. Wohltuend und heilend. Dann bemerkst Du, wie die Spitze des Leuchtturms beginnt, in rhythmischen Abständen zu blinken. Gleichmäßig und zuverlässig. Und genau hier beginnt unsere Geschichte. Und wie immer darfst Du jederzeit einfach einschlafen. Denn Du kannst sicher sein, dass die Geschichte gut ausgehen wird. Entspannend, zuverlässig und ruhig. So wie das Blinken des Leuchtturms. Vor vielen, vielen Jahren wurden die Lichter der Leuchttürme noch mit Öl betrieben. Und der Leuchtturmwächter in unserer Geschichte, der hatte die Aufgabe, regelmäßig das Öl für die Lichter nachzufüllen. Er hatte ein riesiges Fass voller Öl. Jeden Tag stieg er die Treppen des Leuchtturms hinauf, um das Öl aus dem unteren Raum nach oben zu bringen. Und er ging immer Stufe für Stufe und Schritt für Schritt. Mit dem Öl entfachte er dann das Leuchtfeuer, wenn es begann dunkel zu werden. Und so erkannten die Seeleute im Dunkeln das Ufer. So ging es Jahr um Jahr. Und die Menschen im Dorf, dort an der Küste, die wussten, dass es hier im Leuchtturm Öl gab. Und einmal an einem grauen und kalten Herbstabend kam ein Mann zum Leuchtturmwächter. Der Mann erzählte, dass seine Frau krank wäre und sie kein Öl mehr zum Heizen hätten. Der Mann fragte also den Leuchtturmwächter, ob er nicht vielleicht ein wenig Öl abzweigen könnte. Der Leuchtturmwächter war nett, er war sogar sehr nett und er konnte den Mann gut verstehen. Also gab er dem Mann ein Kännchen von seinem Öl und der Mann ging dankbar nach Hause zu seiner Frau. Einen Tag später schon kam ein altes Mütterchen. Sie ging gebeugt von der Kälte und war schon ganz steif. Sie habe gehört, dass der Leuchtturmwächter Öl habe und es sei doch so furchtbar kalt bei ihr. Daher fragte sie ihn, ob er ihr nicht ein bisschen von seinem Öl abgeben könnte. Der Leuchtturmwächter hatte Mitleid und gab ihr Öl. Am nächsten Tag wiederum kam ein Familienvater und er berichtete, dass seine Kinder Hunger hätten, dass ihnen aber das Öl zum Kochen ausgegangen sei. Auch er bat den Leuchtturmwächter um ein kleines bisschen Öl, nur ein klein wenig, zum Kochen, beteuerte er. Dann kam der Winter und er war kalt, dunkel und lang. Mittlerweile kamen jeden Tag Leute mit kleinen und großen Problemen. Und der gute Leuchtturmwächter konnte niemandem das kleine bisschen Öl verwehren, um das er gebeten wurde. Nie konnte unser Leuchtturmwächter Nein sagen. Eines Tages, als er mal wieder hinunter zu seinem Ölfass ging, erschrak er heftig. Das Ölfass war fast leer. Er zog sich seinen warmen Wintermantel an und ging schnell zum Postamt, um dort eine Nachricht zu versenden, dass er sofort einen Nachschub an Öl benötige. Dann lief er schnell zurück durch den kleinen Ort mit den bunten Häusern. Er hatte aber gar keinen Blick für den schönen Ort, denn er war außer Atem, lief so schnell er konnte zurück zum Leuchtturm und er zitterte sogar dabei. An seiner Tür wartete schon wieder jemand aus dem Dorf, der Öl wollte. Es fiel ihm schwer. Es fiel ihm sogar sehr schwer. Aber dieses Mal musste er Nein sagen. Und er schaffte es. An jenem Abend zündete er mit dem kleinen letzten Rest des Öls, das ihm geblieben war, sein Leuchtfeuer an. Und er betete die ganze Nacht hindurch. Er war besorgt, dass das Öl nicht reichte. Er beobachtete und hoffte. Und es hielt, genau bis zum nächsten Morgen. Dann erlosch es. Der Leuchtturmwächter trat vor seinen Spiegel und im grauen Licht der Morgendämmerung sah er sein fahles Gesicht. Tiefe Ringe unter den Augen. Er betrachtete seine mitleidigen Augen. Zu mitleidig. Zu verständnisvoll. Er erkannte, dass dieses Mitleid ihm fast zum Verhängnis geworden war. Und nicht nur ihm, sondern vor allem den Seeleuten da draußen, die sich auf das Licht im Leuchtturm verließen. Da wusste er, er hat Verantwortung. Aber nicht für alle. Er hat Verantwortung für seine eine Aufgabe. Und Verantwortung für sich selbst. Am Nachmittag kam der Ölnachschub und der Leuchtturmwächter spürte, etwas hatte sich in ihm verändert. Er wusste jetzt, dass er seine Dringlichkeiten ab sofort besser sortieren würde. Das erschien anfangs noch ungewohnt, aber es fiel ihm jeden Tag leichter. Verlässlich und klar. Immer leichter und leichter. Und die milden Wellen des Meeres rauschen gleichmäßig und zuverlässig. sanft und ruhig. Und ich wünsche dir eine gute Nacht mit schönen Träumen. Gebet mit schönen Tag. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020